Ja, liebe Freunde, auch dieses Jahr 2019 findet zum zehnten Mal übrigens unser eigenes Festival Shamrock Kasse statt. Wir haben auch dieses Jahr wieder viele nationale und internationale Top-Acts eingeladen. Es beginnt fulminant mit dem großartigen Labou. Ja, und dann unsere Freunde von den Lead Farmers aus Irland. Und dann Headliner am Freitag für Kim. Malasagnes mit leicht spanischem Tatsch. Und klassisches Singersongwriter zu vertreten durch Jackie Pisto aus Neusein. Und aus Italien Folker Miseria. Auf vielfachen Wunsch wieder mal unsere Freunde von Brodak Tarn aus Kanada. Und natürlich zum Abschluss... Fiddler's Dream! Wie gesagt, wie immer am bewährten Ort in Bammersdorf. In der Jägersburg. 12. und 13. Juli. Wir sehen uns dort. Ciao! Bammersdorf, Jägersdorf, wir sehen uns an. Bammersdorf, Jägersdorf. Scheiße! Ah. Arrggggh.